Nicht wundern, ich habe mit dem Grizzly gekuschelt. Obacht, der Ehemann, der Rigobert, will seine Frau überraschen und macht nach zwei Stunden Arbeit Feierabend, rennt heim und klingelt Sturm und als das Treppenhaus hochkommt, steht Zicklinde, splitterfasernackt in der Tür, guckt ihn an und sagt, Sag mal, seit wann klingst du wie der Briefträger? Sag mal, seit wann klingst du wie der Briefträger?